Ohlala! Du weißt was geil wär wenn man so n Versandbehälter im Haus drin hätte? Word ja horlohlol... Heute will de geburtstag... und morren gehen wir zum fest des Eises... Ja... .. Montagends... Zauberr Ja, aber den Winter haben wir relativ schnell jetzt bis jetzt über die Bühne gebracht. Heute ist das Fest des Eises. Wen juckt das bitte? Da gehen wir hin. Nein, warum? Was will ich bei dem Scheiß-Drecks-Event? Ah, ein Drecks. Geht an euch! Oh, ich hab überhaupt keinen Bock, immer dieses Müll mitzunehmen, Alter. Richtiger Müll. Ja, ab in den Flieger hinein, wenn der DJ singt, Summertime, Summertime. Summertime, 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 Wintertime, Wintertime, Wintertime. Summertime, wir haben wieder Wintertime, wir haben Wintertime, wir gehen in die Distro. Wir haben wieder Sommer. Wir haben wieder Winter. Winter heißt, A ist Zeit. Jetzt geht es wieder nach Österreich. Ha, Österreich. In die Schweiz war es, naja. Jetzt geht es wieder in die Schweiz. Ab in den Flieger hinein, wenn der DJ singt. Wintertime, 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 Wintertime. Wintertime, Wintertime. Wintertime, Wintertime. Wintertime, 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 wir haben wieder Wintertime, wir haben Wintertime. Wintertime. Ich bin schon fertig. Ich auch gleich, warte. Wintertime, 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 Wintertime Joker-Dance, Frühling-Time, Frühling-Time. Feier hat bald den Zepter der Rückkehr. Was sagst du zum Zepter der Rückkehr? Wir haben wieder Abends. Oh mein Gott, es ist kurz vor zwei. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich setze den Zepter der Rückkehr ein. Let der Zepter springen. Zepter-Time, Zepter-Time. Wir haben wieder Zepter-Time. Wir haben Zepter-Time. Zepter-Time. Aber es kann doch nicht sein, dass ich keinen Fischen Stufe 10 bekomme. Wir spielen Studio Valley. Studio Valley heißt in die Welt. Jetzt geht es endlich auf den Hof. Deswegen ab auf das Fie-Neilhof. Let der, was weiß ich, bosshaften Besitzer-Dance. Haha, lasst let den bosshaften Besitzer-Dance. Studio Valley-Time. Studio Valley-Time. Wir gehen in die Bar. Und kaufen Bier und versaufen unsere Kohle. Deswegen ab in den Flieger hinein. Für Joker heißt es. Let the Joker heißt es. Will he die, will he die. Okay, ich bin fertig. Gleich. Wir haben wieder Februar. Februar heißt Major-Time. Jetzt geht es um mich wieder vom PC. Deswegen ab in den Keller hinein. Let the Joker dance Major-Time. Major-Time. Und alles aufschreiben-Time. Aufschreiben-Time. Das war schön. Alles aufschreiben. Aufschreiben. Ja, ich benutze mein Notizblock. Wir haben wieder ein Turnier. Turnier heißt alles aufschreiben. Jetzt erst mal den Händenstift raus. Und den Zeichenblock natürlich auch. Let the Couch aufschreiben. Was ist los mit unten? Let the Writings beginn. Writing time, writing time. Writing time, writing time. You are writing umsonst time. You are waiting umsonst time. Ab noch mal in den Flieger hinein. Ach Leute, wenn es wieder Sommer wird, ey. Dann können wir halt nicht wiedersehen, wenn wir haben wieder Sommer. Bei uns ist total jetzt seit ein paar Tagen richtig chilliges Wetter. Schön warm. Ja, ne? Bei uns auch voll warm. Ich war ja heute am Hafen bei uns. Und das blendet immer. Das nervt. Boah, das war so schön. Schön am Hafen. Erst mal die Seele baumeln lassen. Erst mal auf meinen Heroinentzug. Da kommt. Stimmt. Oh, was kann man noch machen gegen Heroinentzug? Ab in den Flieger hinein. Let the DJ sing summertime. Okay, ist ja gut, Jungs. Wollt ihr, ich hab hier Haribo Phantasier. Wollt ihr auch was? Aber eben, mach Kinder froh. Und Erwachsene ebenso. Feierst du Haribo Phantasier? Nein. Genau als ob du Fettsack. Meine Lieblings Haribo Dinger sind wirklich die Cola Flaschen. Das ist mein Liebling. Unter all dem Haribo Zeugs. Feierst du richtige Lieblinge? Der Fettsack. Ja, du hast auch ein bisschen Lieblinge. Fast. Magst du Lakritze? Nö. Wer mag das? Ja, endlich sind wir mal eine Meinung. Was für sind wir eine Meinung? Wer mag das bitte? Viele, die Norddeutschen glaube ich am meisten. Ja, dann raus aus dem Land. Du bist so witzig. Du bist Hitler. Wollt ihr den totalig? Ja, Wimooon. Wimooon. Wie er sagte, wollt ihr den totalig? Was? Ey, aber Feierwill komm jetzt dem Ding näher. Sauber. Sumber time. Nee, geh pennen. Sonst siehst du es. Ich hab grad noch mein Kind in die Luft geworfen. Wimooon, war heute wieder Ernte? Nee, gar keine Ernte. Nur der Wein ist gekommen. Ab in den Flieger hinein. Let the DJ win. Aber siehst schon, die Ernte bringt viel, viel mehr Geld und ist schneller als schwule Tiere. fixed. Ja, Tiere haben wieder nichts zu essen. Nein, scheiße, ja, okay, dann muss ich fülle dich auf. Dann gehe ich aufhören. Danke für die Info. Dann gehe ich da jetzt hoch, jetzt geht es endlich an eine Säule. Und besuch mal endlich mein Pferd. Stimmt, das macht Lea ja immer, die geht immer automatisch dann dort in den Stall und legt das heu aus. Das Lager ist ein Tag. Ich habe jetzt das nicht, das muss einfach nichts zu tun. Das sagt der richtige Fetzer. Loll, das Huhn ist gebackt. Ich bin einfach mal straight nach unten gegangen. Gebackt. So, ich bin fertig. Bin Fan. Ja, warte, ich muss hier noch alles rein. Bist ja auch Progurensohn, du hast ein Tee, oder? Hahaha, das hat alles damit zu tun. Ich bin Joke, ich bin immer richtig schnell unterwegs. Hey, hey. Seht mich an. Ich habe Langeweile, deshalb kann ich euch noch mal was erzählen, was ich heute so getrunken habe. Deswegen heute Morgen an mit dem Apfelsaft. Das habe ich schon mal in einem halben fast weggehext. Dann habe ich, äh, ja stimmt, wohin beim Essen, da habe ich drei, vier Cola gesoffen, ein Bier. Ja, und jetzt, egal, noch den Rest vom Apfelsaft. Und jetzt gerade bin ich dabei, hier, Apfelschorle zu trinken. Also wenn ich nicht sterbe, weiß ich auch nicht. Du hast das Silo doch erst aufgefüllt. Junge, wie viel, wie viel, äh, wie viel Fressen die Viecher? Ja, okay, obwohl, jedes Haus zwölf Plätze. Zwölf, vier, zwanzig, sechsunddreißig insgesamt. Für alle. Toll, ich kriege Steine. Geil. Guck mal da, meine Viecher, die werden nicht traurig. Wir haben jeden Tag was zu essen. Hast du meine Tiere jemals leiden sehen? Ich wünschte ja. Und was sagt Joker? Ja, ich sehe sie jeden Tag leiden. Warum, weil ich die mitten standverprüngele. Stimmt das? Ja. Ich hör' auf, es gibt so einen Schlachthof-Mod. Wo du so einen eigenen Schlachthof bauen kannst. Und eine Methode selber bauen kannst, wie du die killst. Sei es, äh, so einen Häcksler. Erst Kopf abschneiden von runningen und es dann rumrennen lassen und dann auch so tröten. Rittetel, dann rittetel, dann rittetel. Heute ist Erntetime, Erntetime. so ein Tag an dem man sich noch Zeit lassen kann bis heute. Ich habe gerade Sachen verkauft, warum habe ich die Entenfäder nicht mit reingeschmissen? Lass dich immer mehr nach. Nee du raffst dich einfach nur nicht. Bin ich der Schuldige? Magst du einen Rainer? Rainer, Ruhe. Ja Leute, das müssen wir ja auch... Das Baby krabbelt hier einfach rum. Was soll denn das? Krabbelt hier einfach rum. Was soll denn das? Claire, komm doch nicht mal um das Knaf. Ich will hier mal in Ruhe. Du wolltest das Drecks. Du wolltest das Drecksviecher haben. Ach, Scheiße. Geil. Ich habe... Ja, okay. Für morgen habe ich einen Kaffee. Jawoll. Oh, ich muss pissen, Junge. Boah, geil. Guck, jetzt wäre Erntetime und du machst eh nichts. Dann hättest du schnell pissen gehen können. Okay, ich gehe jetzt. Ah! Und jetzt mach das jetzt oder was? Ohne Sinn. Wann sonst? Ja, jetzt bin ich gleich eh fertig. Du hättest das schon vorher machen müssen. Ja, hey. Ich komme auch gerade erst nach Hause. Als ob, Junge. Wie lange hast du bitte Zeit gelassen? Ich bin schon lange zu Hause. Na eben, dann hättest du doch pissen gehen können. Ah, die Fresse. Vollidiot, ey. Ich gebe jetzt mal nichts für. Ah, mittendrin. Du kannst ja mal zusehen, wie du die Leute unterhältst. Wie wärs? Willst du ein Gemüse auflaufen oder was? Kommst du jetzt noch nicht? Ja, was? Was willst du denn jetzt von mir? Du schuldest doch. Ich habe die Ernte die ganze Zeit gemacht, du Fettsack. Los. Ich kümmere mich wenigstens um das Geld. Was soll denn der Müll? Ich habe schon 100k erwartet. 100k haben wir noch nie gekriegt mit Ernte. Morgen hat der eine Geburtstag. Also mit Ernte nur vom Greenhouse. Jetzt bin ich voll auf Koffein wieder. Jetzt bin ich voll auf Koffein wieder. Ich hab newest Es aus Mittel. O, 1,000 Euro. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ah. Oh. 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 Was bennen? Warte doch mal! Ich bin nicht so schnell! Du Arschloch! Ich bin nicht so schnell! 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 Wir lachen doch mal! Oh Nice, ich bin auch fertig. Ahaha, ich bin viel schneller. Verpiss dich vor allem im Metten, ja. Du hast es durstiges Kind doch gewollt. Hast du heute Ernte? Nee, warum? Du bist weil du noch nicht im Bett bist, du noch nicht. Ich bin ja früher fertig als früh. Ich lieg schon im Bett. Ja, ich habe trotzdem eine reife Kellerfeuer. Wie werden das? Dass ich das Wein da auch mal rein tue. Wein ist auch eine andere Sache. Man muss ja auch den Wein auch immer holen und dann in den reife Keller, damit man schön in einem Monat dann das Doppelte kriegt vom Geld. Lea hat auch bald Geburtstag im Dezember. Okay, die Tiere haben kein Futter. Schon wieder? Schon wieder? Ja, Feier, du musst das fast jeden Tag eigentlich prüfen. Nee, eigentlich nicht. Klar, du musst das mal ausrechnen. 36 brauchen die Tiere pro Tag. Ja. Das sind keine 10 Tage. Ja, aber wird schon passen. Aber was passt denn da? Wenn du sagst, die haben kein Dings, dann fülle ich auf. Heißt, an dem Tag haben sie noch Fressen? Nee, haben sie nicht. Also meine schon, doch. Da ist dann in den... Ja, aber die Schweine nicht und das ist das Problem. Ja, keine Ahnung. Ich glaube Lea macht das nur bei Kühen und so alles. Dass sie da automatisch das auffüllt. Lea macht nen Scheißdreck. Das ist eh alles automatisches Fütterung. Wir brauchen diese Fotze gar nicht. Die hilft uns null. Das ist eh alles automatisch. Und ich bin fertig. Ja, warte. Ich fülle das Ego auf. Morgen ist wieder Entetime. 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 Entertainment. Und wieder Lachsnackengang. Ich will gleich pissen. Wann hast du endlich Ernte? Ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Morgen ist Erntetime. Okay, los. Ich geh pissen. Bist du blöd oder was? Das kannst du doch gleich machen. Boah, Junge. Ich muss jetzt dringend. Junge, bring doch deinen Tag zu Ende. Lieg im Bett. Und dann mache ich meine Ernte so lang und du kannst pissen gehen. Was ist daran so das Problem? Dann geht's ab in den Flieger hinein. Vielleicht, ich bin nach vorne. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Ich bin nach vorne.